So, ich bin auf der Reise gestern mit der U-Bahn und dann Zug nach Wels, wo wir einen Vortrag hatten auf der Straßenkonferenz und Ausstellung auch. Das war sehr interessant. Und heute Morgen, 7 Uhr 46, Karlsrundstag, soll es weiter über Salzburg mit Umsteigen nach München gehen, wo wir im Grunde um anderthalb Tage ein Doktorandenseminar haben und dann fahre ich weiter nach Unna. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Dingy dabei habe und den Seelsack habe ich dabei, weil es dann weitergeht. Wenn ich meinen Servicelevel optimieren, erhöhen möchte, kann ich mir Pläne generieren und auch bewerten, inwiefern sich meine Leerfahrten dadurch erhöhen werden. Das heißt, was für Mehrkosten denn entstehen würden, wenn ich den Servicelevel...